Statistisch gesehen besitzt jeder Haushalt mehr als einen Computer, der an das Internet angeschlossen ist. Und zudem steigt die Verwendung von Google weiterhin rasant an. Diese Entwicklung hat auch Peter wahrgenommen, der Mitarbeiter in der Marketingabteilung in einem touristischen Unternehmen ist. Außerdem ist ihm aufgefallen, dass die Anzeigen, die er regelmäßig für das Unternehmen in Zeitungen schaltet, zu große Streuverluste und eine zu geringe Reichweite haben. Peter erkennt nun, dass er das Marketing komplett neu ausrichten muss, damit das Unternehmen konkurrenzfähig bleibt. Daher würde Peter gern Anzeigen auf Google schalten, um vom großen Vorteil des Suchmaschinen-Marketings zu profitieren. Denn dieser besteht darin, dass jede Anzeige seines Unternehmens auch die entsprechende Zielgruppe trifft. Durch die zuvor definierten Schlüsselbegriffe, sogenannte Keywords und die Themengebiete in den Anzeigen werden diese genau bei den Nutzern geschaltet, die sich für diese Begriffe und Themen interessieren oder danach suchen. Allerdings kennt Peter sich mit Suchmaschinenwerbung und Suchmaschinen-Marketing im Allgemeinen leider noch nicht gut genug aus. Daher meldet er sich für das Modul Suchmaschinenwerbung mit Google Ads, das Projekt des Tourismus 4.0 in Schleswig-Holstein, an. Dieser Kurs richtet sich an Arbeitnehmer im Marketing. Durch den vierstündigen Kurs führen die Mitarbeitenden der Fachhochschule Westküste, Lena Modrow, Dozentin und Online-Marketing-Beauftragte und Max Schiller, Experte für Suchmaschinen-Marketing. Im Kurs erklären sie zunächst den Unterschied zwischen Suchmaschinen-Optimierung und Suchmaschinenwerbung und vermitteln anschließend Kenntnisse und Anwendungsfähigkeiten zum Thema Suchmaschinen-Marketing mit Google. Interessenten können auch ohne jegliches Vorwissen an dem Modul teilnehmen. Peter ist begeistert. Durch den Kurs kann er nun Kampagnen für das Suchmaschinen-Marketing planen, durchführen und mit Hilfe von Controlling deren Effizienz überprüfen. Peter ist jetzt bestens vorbereitet und dazu in der Lage, Suchmaschinenwerbung mit Google Ads sowohl für die Gästeakquise und Angebotsbewerbung als auch für die Rekrutierung von neuen Mitarbeitern einzusetzen. Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann melden Sie sich jetzt für die kostenfreie Probephase im Jahr 2019 an. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.oncampus.de slash t40.